Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arma 3 Exile. Wir sind hier auf Generous, einem englisch-amerikanischen Server. Was hier richtig schön ist, es bildet alles im Zonenweltkrieg ab. Das heißt, Material, also Kleidung aus dem Zonenweltkrieg, Waffen aus dem Zonenweltkrieg, Fahrzeuge, Flugzeuge. Und ja, was wir hier so erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! 46? Ah, 46, ja. Okay. Dann nimm den. Dann müsst ihr so knapp 700 Meter weg sind. Ja. Gut, aufsitzen. Fährst du oder ich? Ja, ich brauche. Okay. Ich bin drin. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wieder das Bild jetzt ist, ob wir es dann eintwitchen. Ich habe wieder ein bisschen rumgedreht, aber ich glaube, es wird nicht anders. Vielleicht ist es dann endlich malibus. cups gucken. Aber zu wissen wissen,سب should ich eine Frage hierüber? Ich bin. Ich bin nicht 43, ja. Aber ich bin nicht ganz sicher. ... O, ich bin, irgبaut LA Ás pulzieren. Das heißt, wir müssen uns zu pairen abrücken, einfach damit. Und dann würde ich noch Pause. Und... Wir müssen trotzdem benhalten. Vielleicht ist es ein bisschen drüber, ja. Wir müssen dich rausanny Events. Wir können auch wieder mit." Wir müssen fortunate, weil ich das kurz vor어ік, So, teste noch mal was. Okay, schließt sie dann ab, bitte. Jo. Okay, ich sehe sie schon wuseln. Oh, ist das offen hier. So, haben wir Sicht darunter? Ja, Sicht ist da. Oh, keine Deckung, oder? Nee. Oh, das ist ja, oder? Ja. Oh, das ist ja laut. Die ist ja richtig laut. Oh, scheiße. Das hat praktisch nichts. Ja, ich habe einen, gut. Sind die da hinten tot, oder? Einer müsste tot sein. Ah, da. Oh, scheiße. Schwer. Schwer. Ach, wieder einen. Oh. Das ist mal ein schweres MG hat, gell? Mhm. Wo steht denn das schwer MG? Habe ich nicht gesehen. Da muss ich schwer gewesen sein. Ich prüfe, wo das Fahrzeug ist. Ich sehe auch keine Einschläge, ne? Nee, sehe ich auch nicht. Oh, 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 oh. Ist das denn okay? Ich sehe es gar nicht. Ah, beim LKW, da ist noch keiner. Ja, den habe ich gerade geschossen. Was? Ich habe keine Munition mehr mit. Oh, ist schon der Berg verschoben. Was ist denn die Munition? Ich habe keine Munition mehr. Okay, macht nichts. Irgendwie, ich habe sieben Magazine gekauft. Wie viele sind denn noch da? Einer. Glaube ich zumindest. Trifft ihn noch nicht. Warum auch immer. Ich mache ein Stück weit daran. Ich bin jetzt dort. Okay. Ich bin am Gebüsch. Das ist jetzt Gewöhnungssache mit diesen Visieren und mit diesen Gewehren. Aber ich glaube, das ist richtig geil. Ein bisschen schauen, dass hier wir überrascht werden. Da ist noch eine Holzhütte. Ich glaube, ich gehe da mal ran. Wo die ganze Stück weg ist. Ja, das Schöne, ich laufe ohne Munition hin. Keine zweite Waffe, Mann. Ja, eine Pistole. Sieben Schuss. Ja, super. Schön, mit dir hier in den Krieg zu ziehen. Ja. Du. Ist doch komisch, entweder ich habe die versehentlich irgendwie rausgezogen. Im Magazin. Das Fahrzeug ist nichts. Kommt nicht leer. Okay. Na, ich will auch mal Richtung mischen. Vielleicht kann ich da einen looten. Okay. Und du fährst in die Richtung? Ne, ich laufe schon. Der Vater bist heute du. Okay. Wo ist der jetzt hin? Ich bin eigentlich der letzte, oder? Ah, er ist wieder beim LKW. Ja, beim LKW ist er. Läuft wieder zu den anderen. Dann. Hm. Ah, komm hoch. Gibt's nicht. Gibt's nicht. LKW, oder? Nein. Ah, die haben gehiatet sich grad. Ich sehe ihn gar nicht. Hast du grad geschossen? Nein. Auf wen hat der dann grad ge... Ah, ich sehe ihn. Gibt's ja gar nicht. Das 500 weg, oder? Schießt er auf mich? Na, okay. Der geht nicht so weit. Schießt du? Nein. Dann läuft er wieder zurück zum LKW. Oh. Natürlich soll ich noch sehen? Warte mal. Ich bin nicht sicher, ob das der NPC war. Das war nicht der NPC. Da läuft er vor mir am Feld rum. Das ist der NPC, ja. Naja, der müsste mal weg. Gibt's nicht. Irgendwas anderes schießt hier noch. Ich muss hier weg. Ich hab keine... Ah, da ist noch ein NPC. Das ist ein Spieler. Oh, oh, ich werde schon beschossen. Au, au, au. Das ist ein NPC. Hab ihn. Ich hab den Schützen. Okay. Und auch noch zwei. Wo ist der andere jetzt? Der läuft... Warte mal. Was? Äh... Links vom LKW. Kann schlecht markieren hier. Ich hab mal zurück. Okay. Ich hab mal zurück. Hier war letzte bekannte Position. Ah. Ist wieder. Oh. Nö. Zu nah. Seh ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. den LKW dann. Dann. Gut. Wir können auch den LKW voll machen, ne? Na gut. Der muss ja mit dem... Anderen auch fahren, oder? Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ich sag's nur. Wenn man den Anderen aber folgt, dann kann man direkt so verkaufen, wie er ist. Ja, genau. Ich hab noch einen Schuss von dieser Waffe. Einen Schuss? Ja, ich hab auch noch ne PSG im Rücken. Äh, Rucksack. Ah, okay. Problemlich, da muss ich ja meine Waffe ablegen. Das ist ja egal. Die findet man überall, ne? Welcher? Die K98. Joa. Ähm, er vielleicht halt. Homunculus, grüß dich! Ja, grüß Gott, junger Mann. Du musst noch vielleicht mal hinten ein bisschen abspotten. Ja, ich bin grad dabei. Du kannst schon zu den ersten Leichen fahren. Mal gucken, dass du wenigstens mal ne Waffe hast. Ja. Ich glaub, dass es ziemlich Ruhe ist, wenn es nicht... circa hier ist die erste. Ja. Ja, zwei und zwei. Ja, zwei und zwei. Misch... Misch nicht komplett, ja. Tja, komm dann gleich mit nem LVKW dran. Ja, es ist ein anderer selber, wir testen mal was Neues Ich sehe gerade, ich habe zwei Mooschenstreifen bei mir Geil, würde ich gerne nehmen Ich lege hier in den LKB rein Also ich kümmere mich um die Kiste jetzt erstmal Kannst du sie sehen wieder Ist ja die Kiste wie, ah da SVT40 Hm, schön G46, äh, G43 jetzt Oh, schöne Waffen drin hier Ja, das G43 gab es ja auch mit Scope Ich weiß gar nicht, ob das so aus ist Das bist du hoffentlich Ich komm ran, ja Ich komm ran, ja ein lotter bauzeug ist da drin ja kein schoxen salz bauzeug ist immer schon immer gewesen deswegen wollen wir ja zu diesem car ding da gehen jetzt steige ich ein ich will mir das verkaufen das zeug ich brauche alles klar weiß ich nicht wir machen es rein und hauen ab was sich ja gelohnt haben die menschen hier leer ich nehme eine pp schade aus das maschinengewehr zwei insta doch drin das glaube ich war der sanität da das war es im g ganz schön ja es ist ein anderer server ich habe schon geantwortet ach so echt ich habe zugehört war ich so angespannt ich habe nur gehört noch mal schlüsse fahrzeug ja ich habe gesehen wo er sind genau hinter uns setzt hinter uns okay oh gut geschossen das war unsere kleine mission mit cf an meiner seite vielen dank dafür mein freund und ich hoffe es hat euch gefallen kommt doch auf den server es würde mich sehr freuen und wollt ihr mehr sehen und lasst doch einen daumen da und dann würde ich sagen in diesem sinne wünsche ich euch einen ganzen Tag einen schönen Abend bye bye Nein na hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020